Willkommen zu ein paar Timolia One vs. Once. Zuallererst muss ich mich einfach mal dafür entschuldigen, dass so lange keine Videos kamen. Ich hatte einfach wirklich Klausurstress ohne Ende in den letzten paar Tagen, beziehungsweise in den letzten paar Wochen, das trifft es glaube ich eher. Aber ich habe jetzt erstmal Ferien und ich schreibe jetzt auch erstmal keine Klausur mehr. Ich werde anfangen, mich auf meine Facharbeit zu konzentrieren, allerdings werde ich da wahrscheinlich trotzdem durchaus mehr Zeit haben, Videos zu schneiden, als in der Klausurenphase. Und der Typ squattet sein komplettes Leben rein. Der Typ ist halt einfach erstmal 8k, Jan Mann. Ja, und es werden jetzt definitiv mehr Videos kommen. Ich habe mir ein bisschen was vorgenommen, was ich noch schneiden möchte. Was ist das hier für ein Kit? Also etwas, was ich dieses Jahr noch schneiden möchte, definitiv. Und dann habe ich halt auch was, was ich dieses Jahr noch schneiden muss, weil der Jason hat mich zu einer Challenge nominiert. Ja, Jason hat mich zu einer Challenge nominiert und da könnt ihr mir jetzt einfach mal helfen. Nämlich geht es bei dieser Challenge darum, eine Art Best-of aus den letzten 10 Jahren zu machen. Ja, da mein Kanal noch nicht so lange existiert, wobei ich wahrscheinlich mich auf die aus diesem Jahr oder dem letzten Jahr fokussieren werde. Und ihr könnt mir dabei einfach insoweit helfen, als dass ich habe nicht die Zeit, die Kanäle, ich muss mal nachgucken, 230 Videos würde ich mal grob schätzen, die auf meinem Kanal online sind, alle durchzuschauen. Und da würdet ihr mir natürlich einen riesen Gefallen tun, wenn ihr einfach mal so ein, zwei Videos reinschreibt, die ihr gut fandet, die da nicht fehlen dürfen. Und Digger, der Typ kassiert hart. Jetzt kassiere ich hart, nice one. Ich meine, wenn euch jetzt nichts einfällt, ist auch nicht so schlimm. Allerdings, ähm, wäre es mir halt einfach eine Hilfe, wenn ihr sagen, wenn ihr irgendetwas schreiben würdet, ja, das Video, das fände ich gut, ähm, dass davon irgendwas rein muss, oder wenn ihr eine genaue Szene davon jetzt im Kopf habt, dass ihr halt auch wirklich die Szene dazu schreiben würdet, würde mir alles Arbeit abnehmen, aber, ähm, ich muss wahrscheinlich sowieso machen, das heißt, für euch wird es wahrscheinlich nicht so viel ändern. Der Typ schwitzt aber auch sein fucking Leben rein, oder? Bin mal gespannt, wie lange der braucht, um rauszufinden, dass der Bogen keinen Damage macht. Ich wollte das Ganze eigentlich schon gestern aufnehmen, habe ich auch, allerdings mit Tim aufnehmen ist immer so ein bisschen, ich schneide euch mal ganz kurz die ersten paar Sekunden zusammen. Was meinst du? Ähm, Digga, das sieht legit aus, als würdest du auf die Kill-Aura-Bots togeln. Ähm, ja, also meinst du, ähm, Tim ist halt schon ziemlich schlecht in den Eingriff. Ja, ähm, also wie gesagt, damit wärt ihr mir eine große Hilfe. Ich wiederhole mich gerade, nicht irgendwie schon zum 75. Mal gefühlt, aber hey, der Typ hat auch keine Hobbys, glaube ich, irgendwie. Joa, Wasser, ähm, zu verwenden ist dann halt immer so die andere Sache, ne? Ich glaube, der Typ ist ein bisschen lost. Und wenn ihr mir eine Freude machen wollt, lasst doch gerne ein Follow auf meinem Twitch-Kanal da. Äh, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen netten Kommentar da. Seid mir gerne eine große Hilfe, indem ihr einfach ein bisschen was reinschreibt, was ihr gerne im Best of sehen wollen würdet. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!